Ich werde darauf eingehen, dass die Behauptungen von FDP, Linken und Bündnis 90 die Grünen der Realität entsprechen. Fakt ist, dass durch die Abkehr von Repressionen, Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz entlastet werden würden. Fakt ist auch, dass alle Drogen weitestgehend freigestellt werden müssen. Fakt ist, dass erhebliche Steuernahmen aus dem Vertrieb von Cannabisprodukten zu erzielen sind, wenn möglichst viel Cannabis auch vertrieben wird. Das finde ich risikolos. Deshalb will ich eine Welt mit mehr als mit weniger Drogen. Vielen Dank. Smoke weed every day.